Hallo, ich bin Sabine von Bienes Honighaus. Normalerweise sind wir diese Jahreszeit auf dem Dias-Markt vertreten, zum Beispiel auf der Ausbürger-Dol. Naja, heuer ist alles anders. Aber ihr könnt einen Gutschein kaufen, würdet uns damit unterstützen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Onlineshop besucht www.bienes-honighaus.de. Ich sende euch viele liebe, süße Grüße und passt auf euch auf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.